Jetzt wird's ernst. Ich hab unfassbar Schiss, Alter. Ich bin halt, wenn ich normal fahre, viel zu schnell. Deswegen muss ich echt abbremsen. Und ich weiß nicht, wie gut es geht auf das Silvinsleitbahn. 3, 2, 1. Echte? Danke, dass du mein Fahrrad sauber gemacht hast. Das ist krass. Er hat nicht so lange geflogen. Krass. Er hat nicht so lange geflogen. Woah! Er hat nicht so lange geflogen. Er hat nicht so lange geflogen. Aber nicht so lange geflogen. Er hat nicht so lange geflogen. Oh nein, ich bin schütt. Aber nicht so lange geflogen. Ich bin einer Zeit, dass du eine Chance hast. Ich bin so gespannt, was du uns für einen Trick zeigen wirst. Da bin ich auch gespannt. Rückwärtssalto oder Vorwärtssalto? Rückwärtssalto. Ich bin schon, dann schon. Das ist so geil, Leute. Das kann ich euch gar nicht vorstellen. Ich bin so glücklich. Auf die Plätze. Ab auf die Fischstellen. Mal eine kurze Frage. Was hast du mit Ski auf der Wasserrutsche vor? Ich weiß es auch nicht, Leute. Aber ich habe Ski, Skischuhe und eine Rutsche. Mal gucken, was passiert. Alter, ich hab so Schiss. Wirklich. Ich bin so glücklich. Das ist lit. Let's go! Wow! 1! 1! what is that?